Wir sind sowieso nach zwei Minuten tot. Oh fuck, ich war gestern wie ein Profi. Profi, okay? Gerade ganz gut. Merkt man. In Season Pass schon Level, fast Level 10. Ich bin Level 1. Das sind Season Pass. Ich hab in Season Pass raus. Ich hab in Season Pass raus. Wieso gilt man dafür Geld aus? Ja, warum nicht? Ich find's jetzt schon schlecht. Ja, willkommen bei Lern Basics mit Nutillators und Butter. Also zu... Wir haben das natürlich immer schwierig. Wie geht's schon Nothar's Geheimsd? Es gibt nicht, was der Ballon ist. Ich weiß, was der Ballon ist. Lol, was der Ballon ist. Oh, direkt runter, direkt runter, direkt runter, direkt runter. Direkt runter? Nicht direkt runter? Nothar, ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon. Error? Mach dir denn... Wie geht's schon Nothar's Geheimsd? Aldi, er ist dein Game gerade gecrashed. Ich bin rausgeflogen, ja. Mein Game ist nicht gecrasht, ich bin einfach aus der Runde rausgeflogen. Was für ein Problem, ich hab konstante 100 FPS. Ich hab ein Kartoffel-PC von Lidl. Aldi, wenn ich bitten darf. Ich hab eine Grafikkarte. Ähm, keine Ahnung, keine Ahnung. LeForce, was weiß ich. LeForce 820. Das war ein guter Test. Ich hab nur noch... Vielleicht sieht man bei mir jetzt auch mal ein Match. Ja, ich bin wieder gelb. Ist das äußere, die Gay-Farbe. Mein... Mein Rokin-Bad. Das war's gar nicht du. Ja. Lacht mich ruhig aus. Ihr werdet schon sehen, wenn wir Brawl-Halla spielen, dann werde ich... Ich hab schon wieder ein Error. Also ganz ehrlich, wenn das jetzt einfach nicht funktioniert, ne? Den ist vielleicht dieses Spiel direkt. Also ist auch meine Socke, die wieder runtergegangen. Ich drücke dir ein bisschen Tee auf meine Socke. Ja, ich bin drin. Und dann verreckt ich direkt nach 20 Sekunden. Self-Call. Wenn du jetzt abspringst, soweit der erste Absprung bist du gleich aus. Ich kennst dich, du meinst. Ich kennst dich, du meinst. Wo, woher hin? Ihr sagt Bescheid, wenn ich abspringen soll. Ihr macht alles okay? No, ich stopp, man. Nein, 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 nein. Lila oder blau? Blau. 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 Du, du schaffst, du kannst es schaffen. Bauer, wie ich jetzt die Gay-Farbe. I'm Gay, why are you so stressed. Ihr schreibt, wenn wir abspringen, ne? Okay. Ah. Ah. Ach, ihr seid... Das war der Streit. Ah, der unmotivierteste Schrei der Welt. Das war's nicht mehr, man lasst mich ganz kurz durch die Wand brechen. Ist das jetzt ein Schildtrank oder was ist das? Ja, ich hab ne Waffe, das erste Mal, dass ich direkt im ersten Haus was finde. Wenn du's hast, dann gibts mir. Ne, 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 ne. Okay, ich glaube das sollten wir, wer hat das beste Aim hier? Keiner. Also mit Style hab ich hier die meiste Spieleerfahrung. Also gib das einfach Bierchen. Also wenn du sehen möchtest wie Nutella verkackt zu snipen, dann kannst du einfach in Black Squad reingucken. Ja, ich hab ne. Ich hab ne. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.